Hallo, ich bin Gerrit und das ist mein Online Kurs Making Content. Content ist überall. Wir finden ihn in Zeitungen, Büchern und E-Mails, in Vorträgen, Konzerten und in Gesprächen, in Fotos auf Postern, aber auch auf Ansichtskarten. Nicht ohne Grund ist Content seit Jahren das Buzzword der Stunde. Content vermittelt Kaufanreize, die benötigt werden, um einen Nutzer in einen Kunden zu konvertieren. Besonders, wenn das Produkt erklärungsbedürftig ist, einen hohen Preis hat, wenn der Nutzer für seine Kaufentscheidung sehr lange braucht und für den Kauf dem Verkäufer besonders vertrauen muss. Content ist also wichtig und lohnenswert. Nur, wie stellt man ihn eigentlich her? In Making Content vermittle ich dir innerhalb von 50 Minuten und 7 unterhaltsamen Lektionen das notwendige Wissen, damit du im Alltag schnell, einfach und günstig hochwertigen und relevanten Content für deine Zielgruppe herstellen kannst. Zu den behandelnden Themen gehören unter anderem die Zielgruppenanalyse, die Personaentwicklung, die datenbasierte Themenentwicklung, die Customer Journey, die Produktionssteuerung und die Produktion selbst. Der Kurs ist für all jene gedacht, die im Arbeitsalltag Content produzieren müssen. In der Unternehmenskommunikation, im Marketing-Team, in der Vertriebsabteilung oder in der Geschäftsführung. Schlussendlich betrifft dieser Kurs eigentlich jeden. In diesem Kurs stecken zehn Jahre praktisch erprobtes Methodenwissen. Denn eines ist klar, auch die Kreativität muss sich an ihrem Ergebnis messen lassen. Und Methoden geben die erforderliche Sicherheit. Klingt spannend? Na dann, los geht's!